Verdient verloren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Zu viele Fehler gemacht, leichte Fehler gemacht, eiskalt ausgenutzt. Von daher verdient verloren, Glückwunsch an den Gegner. War genau das Spiel, was ich erwartet habe. War das kämpferisch, ja umkämpfte Spiel heute. Wir haben genau das gewusst. Wir wollten eigentlich den kühlen Kopf bewahren, haben das aber relativ schnell schon verloren. Wir waren heute sehr, sehr effektiv, haben einfach viele Tore geschossen und waren dann natürlich auch als Sieger vom Platz gegangen. Insgesamt muss man natürlich sagen, waren wir im ganzen Mannschaftsgefüge zu weit auseinander. Die Distanzen waren zu groß, um dann auch einen sauberen Zugriff zu finden. Aber man muss natürlich auch der Mannschaft ein Kompliment machen, wenn man natürlich dann auch wenig zulässt. Und Niel hat natürlich auch die Chancen dann genutzt, dass sie sie bekommen hat. Und das waren wenige. Und wir sind vorne effektiv. Dann kann man auch sagen, dass wir verdient vom Sieger als Sieger...